Musik Liebe Freunde, liebe Mitglieder, Freundinnen und Freunde des Kunstvereins, wir sind sehr beglückt, dass er Peter Henner heute hier uns ein ganz tolles Buch, das er geschrieben hat, vorliest. Ganz herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde, meine sehr geehrten Damen und Herren, zu Fassbinders, der Müll, die Stadt und der Tod, ein Großstadtdrama. Die Stadt und ihre Bewohner. Wie im Titel angekündigt, wird eine Stadt porträtiert. Keine konkrete, real existierende Stadt, sondern ein abstraktes Modell, das der Autor auf die ihm wesentlich erscheinenden Momente reduziert hat. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.